So Freunde, willkommen zurück. Und ja, schauen wir doch mal, was jetzt hier am Bach ist. Offenbar ist das noch längst nicht vorbei. Following her. Ja, immer wieder hinterher. Scheiße. Kann die da draußen atmen? Oder im Weltraum einfach so am Schweben, wo der nie ist. Gibt's ein Tor? Das aussieht wie diese blaue Tür. Hm, okay, hier gibt's noch einen Moni. Gut, gut, gut. Läuft. Siehle, los ist. Das hier in Health war ja super, Leute. Wir sind hier schon wieder am Ende der Fahrendstange. Gab's hier noch was? Ich glaub nicht, ne? Und hier kamen wir ja auf jeden Fall. Ich kam doch da irgendwie hoch gerade, ne? Jetzt nicht mehr alles. Wäre denn da irgendwie was? Nicht wirklich. Tja, dann... Habe ich das da in Bewegung versetzt? Oh, kann er sein. Sieht so aus, ne? Oh, hier gibt's Health in mir. Das ist gut. Bisschen versteckt, aber entdeckt. Okay. Ich verstehe. Dann kommt mal ran, Leute. Ich hab den nicht erledigt, ne? Oh, der ist da oben. Kriege ich den von hier oben? Irgendwie nicht mehr, ne? Naja. Gut. Was ist das? Ich bin so schüttelig. 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 Naja. Das ist so eine dumme Idee, ich probiere das einfach mal. Ja gut, Position. Mach die Brüder auf. Ja, kann ich das wieder abschalten, ne? Ja, sehr schön. Macht mir die Sache einfacher. Kann ich das wieder anschalten, ja? Schön blöd. Oh shit. You are a very persistent ant. Get out of my head! Ahhhh. Auf doch mal hier hoch. Verdammt nochmal. Boah, was ist denn hier los? Boah, nö, ne? Da ist ja keiner klar hier. Oh shit, ey. Oh shit, ey. Ich bin erledigt. Ja, genau. Das ist übel. Schwierigkeitsgrad zieht echt ganz gut an hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, oh, oh. Das ist einfach im Boden verschwunden da, ne? irgendwie schon schräg da kommt tauchst du wieder auf du schande scheinst als hätte ich noch erledigt ja demnach habe ich es wohl gepackt junge 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 schauen wir mal wie es weitergeht das wird jetzt auch noch mal so ein rätsel hier offenbar hier hoch sagen wir mal das würde irgendwie sinn machen gut aus bekamen jedenfalls nicht von hier neue wasser gucken wir mal was das ding so drauf hat ja komm her ich mach euch alle fertig oder auch nicht die bumme gefällt mir die macht spaß ich muss noch mal die seite wechseln wahrscheinlich so da fliegt da fliegt herrlich müssen wir diese hand noch weiter rumlaufen aber gut fast zur helle was zum geier läuft hier da muss ich mit sicherheit schnell rüber weil sonst werde ich da mit ziemlicher wahrscheinlichkeit gegrillt ja und nehme ich doch mal an ja komm lauf 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 da kommt nachher hier feigen schweine kapu kapu Oh, ich hab da irgendwas in Gang gesetzt, ne? Was auch immer Das machen wir hier mal richtig aus Oder auch nicht Ah, shit Da ja auch Ja, wo bist du hin? Jetzt kann ich hier auch nochmal rüber, ja? Geht's hier weiter? Okay Wollen wir gespannt sein, ja? Ich metzel euch alle weg hier Oh, wofür ist das jetzt? Abschalten, oder? Nicht wirklich, oder? Was passiert hier jetzt? Offenbar doch abgeschaltet, okay Interessant Ach so, jetzt kann ich da durch da Jetzt fährst du mir vor der Nase weg, ne? Na klar, doch Naja Das Ding nämlich abgeschaltet Muss ich verhoffen Und ich kann hier rüber springen, ne? Ja, kann ich hier lang, okay Hier sollte ich mich jetzt vielleicht besser beeilen, weil sonst werde ich gleich komplett verstrahlt, ne? Auf Boah, shit Das habe ich mir gedacht, ne? Türen, die klingen auch manchmal böse hier Okay, hier rüber Da, 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 da Gibt's hier jede Menge Munition Und einen Knopf haben wir zu drücken Jetzt hat sich für uns hier was geöffnet, oder? Sieht so aus, ne? Hier Genau Okay Ja, ist der Spitze soweit Läuft ja Ja, doch Ah 1 2 2 2 2 2 3 3 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dumbed. Oh, shit. Und einfach auf das feige Vieh, ey. Tja, da ist es in der Scheide verschwunden, ne? Kann man nicht anders sagen, es sieht nun mal so aus. Tja, da hat es dich wohl zerrissen, was? Ja, wie das geht, wissen wir ja schon. Das ist ja hier nichts Neues. Aber du kommst unerwartet, Kumpel. Aber da habe ich was gegen. Ja Leute, dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut, ne? Und ich sage, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Pray. Macht's gut oder besser. Ja.